Grüß Anna to my Spin-Off, sie übernimmt die Hauptrolle! Bekannt wurde die 31-Jährige durch die amerikanische TV-Serie Rosewood, in der sie die Detektivin Anna-Lise Villa spielte. Mit ihrer neuen Charakterrolle geht ein Traum für die Schauspielerin in Erfüllung. Sobald sie schon Dahimes erwähnten, brauchten sie den Satz nicht mehr zu beenden. Ich sagte nur, ich bin dabei, was muss ich tun? Ich bin dabei, alles andere ist egal, erzählte sie im Interview mit Variti. Vor allem ihr Part als Feuerwehrfrau war besonders spannend für die brünette Beauty, ich fühle mich wie ein Superheld. Ich spiele diese starken, tun Frauen im Fernsehen und das ist sehr selten. Schon Anfang Januar wurde mit Jason-George, 46, der erste Darsteller für das neue Format vorgestellt. Viele Fans dürften das bekannte Gesicht aus Grüß kennen. Als Doktor. Ben Waren mauserte er sich zum Assistenzarztliebling der Serie. Nun tauschte aber Jason den Obkittel gegen eine Feuerwerkluft.